Guten Tag, mein Name ist Armin Schmid. Ich darf bei der Six Payment Services das Thema PST2 vorantreiben. Wir entwickeln zusammen mit unseren Partnern, den Banken, den Partner Merchants, neue Lösungen, wie diese neue Payment Service Directive auf sie Einfluss nehmen wird. Wir haben einerseits natürlich unsere Heimmärkte Luxemburg und Österreich, die direkt betroffen sind, haben aber auch in Deutschland oder Frankreich als Wachstumsmärkte ganz wichtige Akzente zu setzen. Für die Schweiz hat das vielleicht auch einen Impact. Da sind wir daran, das zusammen mit unseren Partnern zu erarbeiten. Ich freue mich sehr, dass ich die Präsentation am Swiss Payment Forum halten darf.